hallo und herzlich willkommen zum neuen video wie ihr schon seht es dreht sich hier um adventskalender und ich stelle euch mal die kalender so jetzt hier vor das erste ist hier vom penny der zweite hier ist auch vom penny der dritte der deutet schon an dass er irgendwie vom aldi ist aber den habe ich tatsächlich auch aus dem penny geholt auch für 89 cent so ich habe jetzt mal hier den gedreht dass man lesen kann dass der aus dem penny ist wie gesagt jetzt kommt er aus dem handy den ich geholt habe aber der auch im aldi für 99 cent zu haben war die nummer vier ist naja manche leute wenn es wissen aus dem kaufland hier der beweis das kaufland dahinter steckt jetzt kommt was ihr auch wissen solltet wir haben nicht nur vier adventskalender sondern wer kommt drauf wenn das hier ein haus ist den ich selbst geschenkt bekommen habe ich weiß nur nicht wie viel der gekostet hat danke noch mal liebe mama der hier ist vom aldi tatsächlich geholt hat 89 cent gekostet und dann sage ich mal bitte like das video lasst ein abo da und ab morgen geht es ja los mit dem türchen öffnen das ganze mal 24 20